Musik Willkommen zum deutschsprachigen Dienst von Radio IBS Liberty. Heute ist Montag, der 6. Oktober 2008. Ich will die Müden erquicken und die Verschmachteten sättigen. Jeremiah, Kapitel 31, Vers 25. Jesus sprach, Zitat, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Matthäus, Evangelium, Kapitel 11, Vers 28. Das war die Tageslosung für Montag, den 6. Oktober 2008. Sie hören den deutschsprachigen Dienst von Radio IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, Leeds, England, West Yorkshire, United Kingdom. Musik Das war die Tageslosung für Montag, den 6. Oktober 2008. Musik 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 Vielen Dank.